Einsatz am Länderspielabend. Brand im Saunaklub fordert Feuerwehr Karst. Am Samstagabend brach in einem Saunaklub in Holzbüttgen ein Feuer aus. Da der Klub zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Der Brand in dem Saunaklub an der August-Thyssen-Straße sorgte dafür, dass mindestens 60 Feuerwehrleute aus Karst ihren Fußballabend unterbrechen mussten. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin, endete jedoch ohne Verletzte, da sich die Befürchtung, dass sich noch Menschen im Gebäude aufhalten könnten, als unbegründet erwies. Der Saunaklub hatte an diesem Samstag geschlossen. Ob der Betrieb des Klubs dauerhaft eingestellt ist, konnte Feuerwehrchef Andreas Kaller nicht sagen. Vorläufig wird der Klub jedoch geschlossen bleiben müssen, da das Feuer, das zunächst im kleinen Garten des Anwesens ausbrach und dort Hecken, Gartenmöbel und eine Pergola zerstörte, auf den Dachstuhl des ehemaligen Einfamilienhauses übergriff. Die beengten Platzverhältnisse und die unübersichtliche Gebäudesituation verhinderten den Einsatz einer Drehleiter, sodass die Feuerwehrleute sich mühsam Zugang verschaffen mussten. Die Feuerwehr wurde gegen 20.30 Uhr alarmiert und beendete den Einsatz gegen Mitternacht. Zu den Ursachen des Feuers und zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dazu wurden von den Brandexperten der Polizei übernommen. Die Ermittlungen dazu wurden von den Sicherheitsk Pegel Kirchner